Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Cornelius, ich erarbeite Küchenplanung. Wir wenden uns heute mal dem Thema Hauswirtschaftsraum zu, ein anscheinendes Nebenthema, aber mittlerweile haben mehrere Küchenhersteller spezielle Schränke nur für den Hauswirtschaftsraum entworfen, da würde ich Ihnen gerne heute ein paar vorstellen. Zum Beispiel gibt es für Wäsche Ordnungssysteme, in den verschiedensten Ausführungen. Nächstes Thema Getränkekisten stehen gerne immer im Weg, gibt es als Möglichkeit in einem Hochschrank, aber auch in einem Unterschrank, in einem Auszug zum rausziehen praktisch. Schön auch die Lösung mit dem rausziehbaren Auszug und den rausnehmbaren Beutel für Pfandflaschen und Altglas. Auch immer ein Thema, wohin mit dem Bügelbrett oder dem ganzen Putzkram. Last but not least, wohin mit den Winterklamotten und wohin mit den Schuhen. Als Fazit kann man mal festhalten, auch ein Hauswirtschaftsraum kann echt schick sein. Ich freue mich auf Ihre Anfrage, Wolfgang Cornelius, Ihr Untervergänger Küchenplaner.